Und damit herzlich willkommen zu Luigi's Manson Folge so und so, das müsste Folge 14 sein glaube ich. Und wir gehen heute in den coolen Bonus Room, in dem wir hier nochmal den Fahrstuhl aufs Dach nehmen und dann den rechten Absturzweg nehmen und da richtig schön Geld absäglichen. Ich weiß, dass es da ein Geldjuwel gibt. Ich nehme mal Feuer mit, vielleicht brauche ich's. Komm her, du Sack. Eingesnackt. Einfach eingesnackt. Ich will hier mal ein bisschen Geld mitnehmen. Oder Herzen, das wäre auch ganz cool. Ich glaube, daran muss man gar nicht kämpfen, oder? Ich weiß nicht, ich gehe jetzt einfach rein. Oh, wir kriegen schön viel Geld. Wir sind nämlich ganz gut dabei, möchte ich meinen. Also ich werde, glaube ich, die 100 Mille nicht schaffen. Ich weiß gar nicht, wie viel man eigentlich instant sammeln kann. Es muss ja eine begrenzte Menge geben, wie viel Geld man sammeln kann. Weil es gibt einen Weltrekord, glaube ich. Versiegelter Raum. Cool. Oh, Leute, Alter, ist das ein fetter Raum. Ey, da sind so viele Kisten, ey. Und irgendeine Kiste hier ist auf jeden Fall eine Kiste mit einem blauen Geist. So, ich werde mal versuchen, immer das Licht so zu stellen, dass man ihn exakt trifft. So. Und dann fange ich mal hier an. Okay, das war schon mal nicht. Geld geil! Ah, epic. So, genau, die komischen Krüge, da kann man auch einsaugen. Dann twisten die und manchmal kommt auch da Geld raus. Ah, okay. In der Kiste war es nicht drin. So. Ich glaube, hier war ein Spiegel drunter, den man sogar absaugen musste, weil hier kommt man ja auch nicht mehr raus. Ja, okay. Da ist der Spiegel. So, nach oben stellen und... Da? Ne, auch nicht. Ching, 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 ching. Massive Money Style. Richtig gut. Na, hab ich alles eingesammelt hier? Okay. So, dann scannen wir doch nochmal den Top ab hier und da den Teller oder so. Okay, hier scheint es nicht zu sein. Wenn ich jetzt den Geist nicht treffe, bevor es hell wird, ist schlecht. Hier? Da ist er. Ja, komm over me. Oh, geil. Ein Juwel. Ein geiles Marag. Dit, dit, dit. Ding, bling, ding, 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 ding. Bling, bling. Hab ich alles? Okay, ich hab alles. So, dann machen wir mal hier die Kiste auf. Mehr Money. Ja. Ist voll geil. So den Kronleuchter darf ich nicht vergessen. Oh, der gibt auch nochmal schöne Scheinchen. Geil. Na? Ne. Mehr hebt er da, glaube ich, nicht. So, hier nochmal den Teller abscannen und so. Und hier die Kiste. Noch mehr Money. Ja, alte Money. Give me alte Money. Ja, da ist noch ein Krug halt. Ja, ein Goldbarren. Komm her. Geil. Ein Goldbarren eingeseckerts Package hier. So ist hier noch irgendein. Hier ist das Holzdingen. Gibt es hier auch noch ein Käsestück oder so? Ich weiß, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oben sind noch zwei fette Kisten. Die machen wir das jetzt so oft, glaube ich. Machen wir den kleinen hier mal auf, ja. Dann halt so. Oh, give me alte Money. Findest du cool, wie der Schein immer in den Staubsauger, genau. In den Staubsauger reinfliegt. Das sieht, wie gut es cool aus irgendwie. So, dann habe ich, glaube ich, alles abgescannt. Die komischen Krüge da oben auch. Hier war richtig gut. Wir sind aber mit 800 Münzen und 800 Scheine, Alter. Richtig gut. Das ist ja auch ein Großteil des Geldes, muss man sagen. Weil viele auch Perlen sind, die ich natürlich nicht immer perfekt eingesammelt habe. Oh, da sind die bösen Kumpels. Oh, verdammt. Arschloch. Come on me, bitch. Höwe. Okay, ich glaube, ich habe eine alte Technik so langsam zurück. Ich ging gerade nämlich schön schnell, muss ich sagen. Wo ist denn der pinke Fotzenknecht hin? Oh, gullllllllll. Oh, verdammt. Na, wo ist er? Oh, hallo. Pling, 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 pling. Und zack. Yeah. Na, vielleicht auch noch nicht. Okay, now it's hell. It's the Lord of Hell. Und money. Yeah. Aber nicht viele Diamanten oder so. Ist viel Kleingeld. Aber auch, das ist völlig in Ordnung. Und daher der Raum optional ist, würde ich sagen, auch hier ist noch Geld drin in der letzten Truhe. So, wir gucken nochmal, haben wir jetzt wirklich alles abgescannt? Nochmal schön den hellen Raum überprüfen hier. Aber ich glaube, ich habe alles. Ich habe hier alles abgescannt, ja. Muss alles dabei gewesen sein. Ja, sieht gut aus. Okay, Leute. Ich würde sagen, Truhe öffnen. Auch ein Schlüssel, okay? Das ist für da unten, okay? Und der andere Raum ist sogar offen. Ich weiß gar nicht, wo es da hingeht, muss ich ehrlich sagen. Gut, Leute. Jetzt haben wir zwei Schlüssel, die wir noch nutzen können. Ja, und der einzige Weg, den wir jetzt tatsächlich gehen können, ist durch dieses Spiegelbild. Anders kommt man hier nicht raus. Denn die Tür ist ja verschlossen. Und die kriegt man auch nicht auf. Und das ist ja wieder im Hauptraum. So, ehrlich? Alter, ist da sein Wind draußen, Leute. Schön aufpassen. Es ist extrem windig aktuell draußen. Der eine oder andere wird es schon mitbekommen haben. Wir haben die nächsten Tage in ganz Deutschland Orkanenböenwarnung. Wir waren heute gerade einkaufen. Wochenendeinkauf erledigen und so. Und alter! Also wenn es mich langsam umfegt, dann ist echt zu viel des Guten. Ich bin sonst kein Feind des windigen Wetters und so. Ich mag ein bisschen Wind. Ich mag diese ganze Windstille überhaupt nicht. Weil dann steht die Luft so förmlich. Also was das Wort ist. Aber ich weiß nicht, ist überhaupt nicht mein Fall irgendwie. Und das, das, weiß ich nicht. Das macht so ein angerehmes Klima, wenn es ein bisschen windig ist. Aber so extrem mag ich es ja dann doch nicht. So, mal gucken, was hier drin ist. Los, komm schon, schau it to me. Wow. Alles cool, Mann. Wohnzimmer. War hier nicht auch noch? Warte mal, ich glaube, hier war sogar auch noch irgendwo ein Käsestück. Habe ich noch gelesen extra. Vielleicht kann ich das Pflänzchen hier gießen. Oh, ein Goldbarren. Ja, bling, 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 bling. Oh, ja. Hm. Wasser und... Wasser und Feuer gibt's hier in dem Raum. Habe gerne den Kronleuchter angesaugt. Mann, ich will kack Feuergeister unten immer. Gib mir mal die Decke hier. Und der komische Feuergeister oben. Ich gucke mal die Lampe nicht ran. Hm. Ich glaube, der will sich einfach auch nie einsaugen lassen. Ich versuche mal, hier Feuer anzumachen. Oh, fuck. Oh, wie viel sind das denn? Oh, holy shit. Oh, holy shit. Fünf auf einmal. Oh, fuck. Yeah. Ten of a kind. Oh, fuck. Oh, fuck. Mann, scheiße. Okay, einen habe ich schon mal. Oh, Mann. Wenn einer mich erschreckt, kann mich anders schlagen. Das ist voll fies. Kommt her. Okay, noch einen. Oh, noch einen. Come over me. Ich wollte erstmal alle fünf ziehen, aber hat nicht geklappt. Äh, fail. Na, wo ist er? Da ist er ja. Hä? Man sieht die so schlecht auch immer. Oh, noch mehr von denen. Äh, fuck. Ich brauche, ich brauche, ich brauche Wasser. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Na, wo ist er? Mann, ich bin kackt geist. Ich will den da haben. Komm her, Mann. Okay. Ähm, ah, okay. Hier ist noch ein Buhu. Irgendwo ist ja logisch. Hier drinnen? Ja. Nee, eine Bombe. Hier, Sofa. Im Sofa steckt da der Ekelhafte. Ich bin Buhli, wahr. Ich hasse dich. Hä? Wieso Buhli, wahr? Verstehe ich nicht. Egal. Musik ja auch ja nicht. Hi, du. Du bist hier nirgends, oder? Hier ist überall hell. Och, Mann, oh. Der macht wieder unnötig Stress, der Kumpel hier. Och, Mann, Junge, Alter. Du bist so ein Stressmaker. Grüezi, grüezi, grüezi. Ja, und pff. Nichts in die Wände, Kumpel. Gut gemacht, Luigi. Ganz besondere Information für dich. Oh, cool. Was denn? Anders als die Buhu zeigen sich die gewöhnlichen Geister nicht, wenn man in die Richtung sieht. Daher musst du dich von hinten an sie anschleichen. Aber bestimmt hast du das bereits selbst herausgefunden. Hehe. Ja, voll Special-Daten und so. Du bist ein Spaß. So, wir haben 39 schon, Leute. Jetzt noch den im Nebenanraum und dann super schon ganz gut bestellt. So kann ich echt nicht die Lampe da oben absaugen. Das ist ein bisschen los. Doch. Ach, die rumpelt nur. Die ist nicht shakebar. Okay. Gut zu wissen. Hier nochmal shaken. Nix. Okay. Oh, nein. Das ist der Scheiß. Ihhh. Und ich hab kaum HP. Naja, was heißt kaum? Aber nicht so viel. Guck mal, die hängt an der Decke. Das ganze Zimmer hängt an der Decke. Wecke mich nicht. Schwuru. Verschwinde. Brains. Was ist los, Alter? Sie rastet toteli aus. Hohoho. Na? Ich schnaufe. Ah, Brains. Oh, da kommt so eine kack Figur an. Da kommt so eine kack Figur an. Na, verdammt. Oh, ich dachte, ich krieg's gebacken. Aber nein, leider nicht. Ich hab's nicht gebacken gekriegt, Leute. Komm auf, me, bitch. Na, come on. Ja. Öh. An der Decke. Okay, da können wir die Bodenlampe ziemlich gut absaugen. Und da ist ein Pflänzchen und so. Und ich glaube, man kann das Ding hier irgendwie umdrehen, oder? Ich glaub, wenn ich jetzt einmal raus und reingehe, ist der Raum wieder normal, oder? Ich möchte meinen. Genau, so war das. Und so kommt man auch an die Kiste. Im Gästezimmer. Wir machen erstmal die Kiste auf. Oh, Geld, geil. Oh, und ein Diamond. Geile Scheiße, sag ich euch. So, das gibt richtig Schatter hier. Oh, geil. Give me all the money. Oh, da ist irgendwo Geld hier? Geht's dir decken Leuchter? Nö. Hm. Die kack Figur da? Nö. Aber er kann auf jeden Fall hier die Blümchen gießen, ne? Ah, ein Sapphire. Yeah. Geil. Das lohnt sich. Ja, aber ja, klar, dass er das Bett sein musste. Aber es ist nur eine Bombe. Oh. Was ist denn der Geist denn? Egal, nö. Ah, hier im Schrank. Na, da bist du, du Spasti. Ich bin der liebliche Bonita, hä? Ja, in welche Richtung fliegst du denn, Kumpel? Nein. Du bleibst hier. Nein, Tshysikowski. Jawohl, one turn. Tipptopp, du Isi. Du machst, du erinnerst mich nach mich selbst. Also, als ich in deinem Alter war. Hm, ich hoffe nicht. Okay, du kannst mir das in Buch schicken und deine sämtlichen Daten senden. Ja, cool. Schnappte, Mann, richtig cool. Pfft, man, yeah. So, hier haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Hier kann ich noch mal Blümchen gießen. Gibt es noch irgendwas hier? Haben wir ja alle gemacht jetzt hier. Haben wir alle gemacht? Macht. So, das Blümchen draußen haben wir auch hier. Hier können wir mal gucken, ist hier ein Herz mal irgendwo drin. Ich bräuchte schon ein bisschen HP und so. So, Leute. Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist. Scheiße. Hm, ach Mist. Ich weiß das schon wieder nicht, weil... Ich hab schon wieder den Ordner nicht oft mit meinem Rohmaterial. Da kann ich nicht sehen, weil die Folge alle fangen hat. Das ist voll doof. Ich glaube, ich sammle jetzt hier noch ein bisschen Herzen irgendwo. Und dann werde ich mal den Geodell weitermachen. Da, wo es mit dem Schlüssel nochmal weitergehen sollte. Ist hier oben ein Herz? Oh, noch ein Goldbarren. Geil. Los, hier anscheinend auch noch mal zweitens mal zu gucken, ne? Das sind immer noch mal 100.000, die ich da verdient habe. So, der Raum ist ja offen. Genau da hinten müssen wir nochmal hin hier. Leider sind unsere Herzen ein bisschen am Argen, sag ich mal. Wir können doch noch die Blümchen hier gießen. Aber ich glaube, das bringt nichts. Blümchen gießen bringt nichts doppelt, oder? Testen's mal hier. Gießen, gießen, gießen. Nee, das war mir doch klar. Das wär ja auch ein bisschen sehr fies, oder? Also, dass man manchmal vielleicht aus Möbeln nichts rauskriegt, ist ja verständlich irgendwie. Aber aus Pflänzchen, da kommt doch immer das Beste raus, nehme ich mal an hier. Vielleicht nochmal die Großen. Ja, na, willst du? Nee. Auch keine Herzen, leider, leider. Ich werde mich jetzt hier schön rechts in den Räumen nochmal umgucken und nochmal gucken, ob ich Herzen finde. Ah, hier ist sogar noch ein Geist irgendwo. Na dann, go, show me your mouse, bitch. Ja, das ist unsere kackige Kugel. Hier in der Kiste? Nee, auch nicht. Hier unten bestimmt noch in der Kiste. Da ist er! Du bist der Angesaugte! Boomerang, ich kehre zurück! Ja, eigentlich hattest du schon mal sogar abgezogene HP. Wie ist denn der, der in die Wand geflogen gerade? Das sah ja sehr, sehr seltsam aus. Naja. Da ist der Bastard! Go, show me your moves, bitch. Oh, fuck. Nochmal fünf Schaden. Yo, gleich big tot. Da ist die Bitch! Komm, noch die Hälfte! Verdammt. Aber ich glaube, er ist wieder nach oben. Da kann ich ihm nochmal richtig schön die HP abzocken. Komm. Ich glaube, den Mike ist noch eine Band. Ich bin hier im Part hier vor heute erstmal. Ich glaube, wir haben wieder eine Idee gemacht. Bei dem Raum und so. Das hat alle ganz schön lange gedauert, glaube ich. Ich habe ein schlechtes Zeitgefühl übrigens. Nein, du haust jetzt nicht ab, Kumpel. Nein, du haust jetzt nicht ab, Kumpel. Ja, du bist mein! Nein, da ist eine Münze verloren gegangen. Oh, Manu. Du bewirst dich so fließend wie Wasser, mein Junge. Weiter so. Okay, du kannst mir jetzt deine Buch schicken und deine sämlichen Daten senden. Geil. Richtig schnaffte Mann. Einfach gut. So. So, gibt es hier mal ein Herz für mich? Oh, geil. Guck mal, er hört mal, wie er ruft. Mario? Oh, ja. Mario? Mario! Mario! Das ist aber wieder ein Hodenkneifer. Das ist so cool. Na, schön. Die alten Geräusche. Richtig schön, Alter. Der Kiste öffnet auf jeden Fall cool. Oh, hier. Irgendwann hier. Ne, ne, ne. Oh, ja. Geil. Gib mir Alter, Harz. Okay. Gut, Leute. Jetzt sind wir schon ein bisschen besser bestellt. Ich würde sagen, ich beende an der Stelle jetzt hier erstmal den Part. Wir sind zum nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Let's Play. Ich hoffe, wir brechen vielleicht mal einen privaten Rekord. Ich weiß gar nicht, wie hochteil ich, wenn ich ehrlich bin. Bin hier irgendwie nicht so der... Also, ich mach's jetzt hier im Let's Play gerne, weil sonst ist das LP viel zu groß, weil ich bloß durchrenne und nix halt einsammle. Ich werde auch alle Bubus einsammeln. Das muss man, glaube ich, nicht mal machen. Man muss nur eine bestimmte Menge einsammeln, hab ich mal gehört. Aber ich glaube, man kriegt doch noch... Ähm, hier, welcher ist denn das? Warte mal, ich mach mal hier in, ähm... Wo ist denn das? Ähm, auf Z? Genau, auf Z. Der goldene Diamant da unten, der bringt 20 Millionen Kröten. Der ist noch nicht mal zu den 50 Millionen, nochmal bei dem Speicherstand. Da steht ja immer unsere letzte gemessene Menge. Das Ding bringt 20 Millionen, das ist noch nicht mal drinne, glaube ich. Und das bringt, äh... Den gibt's zweimal. Einmal für das, was ich schon gemacht hab. Das war mit dem Pflanzengießen. Und dann nochmal für, ähm... Sag schon. Ähm, Mann. Wenn man alle Bubus sammelt, da kriegt man auch nochmal einen. Dann hab ich irgendwie hier gesehen, äh... Man kann von den ganzen blauen, grünen und roten Steinen, kann man 10 Stück kriegen. Da hab ich schon ziemlich viele sogar. Äh, von den Diamanten und von den Scheinen. Und Münzen, weiß ich aber nicht, wie viel es sei. Ansonsten sieht unser Screen aber schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Hier sieht man sogar, glaube ich, welche Gold ich schaffe. Hab keiner zu sein. Hier steht nochmal der Alter und so. What the fuck. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ich danke wieder vielmals fürs Zuschauen. Und ansonsten, bis dahin wieder. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, ich aus. Geh und. Ciao. Tschüss, ich bin gerade. Tschüss. Tschüss.